Ja, die Hydrun hat uns ja diesmal eine besondere Aufgabe gestellt, wir sollen selber ein Lied schreiben. Aber das machen wir natürlich nicht mehr selber. Wozu gibt es denn das Internet? Und dazu nutzen wir natürlich den allzeit beliebten Chat-GPT. Denn wenn schon die Schüler ihre Hausaufgaben damit machen lassen, dann sollte es doch ein leichtes sein, auch ein Lied von ihm schreiben zu lassen. Für komponierend muss man natürlich kreativ sein. Und dann schauen wir doch mal, wie das mit seinen Fähigkeiten ist. Fragen wir ihn doch einfach mal. Bist du kreativ? Kommt drauf an, was man unter Kreativität versteht, als Fähigkeit neue Ideen zu entwickeln und kreative Lösungen für Probleme zu finden, dann kann ich sagen, dass ich kreativ bin. Was wollen wir mehr? Dann machen wir doch mal einen Kreativtest. Erzähl mir doch mal einen Ostfriesen-Witz. Warum trägt ein Ostfriese seine Uhr in der Hosentasche? Weiß ich nicht. Damit er weiß, wann es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Aha. Sorry, aber das ist nicht witzig. Tut mir leid, dass du das nicht witzig findest. Ich versuche meine Witze in Zukunft besser zu machen. Gut, gestrichen. Das ist nicht seine Stärke. Wir wollen ja aber auch Lieder machen. Und dann fragen wir ihn doch mal, ob er so etwas kann. Kannst du komponieren? Ja, ich kann komponieren. Ich habe in der Vergangenheit einige Stücke komponiert und arrangiert. Was wollen wir mehr? Gut, ich gebe mal einen kleinen Anker vor. Wie die Heidrun vorgeschlagen habe, habe ich drei Noten erwürfelt. Bei mir sind das C, D und F. Mal sehen, was unser Chatbot daraus macht. Komponiere ein Lied, in dem hauptsächlich die Noten C, D und F vorkommen. Oh, wir bekommen immerhin einen Text sogar. Ich stehe hier und sehe zu, wie die Welt sich dreht und dreht und die Zeit vergeht so schnell wie ein Wind, der vorbei weht. Schöne Prosa mit der Melodie. Tja, ist es nicht ganz so weit her. Aber vielleicht haben wir ihm auch nicht richtig gesagt, was wir eigentlich wollen. Versuchen wir das etwas konkreter. Komponiere ein Lied, in dem hauptsächlich die Noten C, D und F vorkommen. Benutze ab und zu aber auch andere Noten. Na, mal sehen, was er daraus macht. So, der Chorus hat jetzt einen anderen Text bekommen. Auch nicht schlecht. Die Töne sind immer noch recht einseitig. Ah, in der Bridge haben wir auch andere Töne, nämlich die berühmten Töne E-Moll und A-Moll. Wo liegen denn die auf der Tastatur? Oh, Herrgott, schmeiß Hirnra! Ja, Heidrun, das sehe ich genauso. Das ist immer noch nicht ganz, was wir wollen. Aber wir haben ihm ja auch noch nicht alle Informationen geliefert. Zum Beispiel die Taktart fehlt noch, die Tonart. Also komponiere ein Lied im Viervierteltakt in C-Dur, in dem hauptsächlich die Noten C, D und F vorkommen. Benutze ab und zu auch andere Töne. Mal sehen, was er daraus macht. So, in der Bridge wieder andere Töne. Wir haben auch einen Viervierteltakt. Kreativ sieht das immer noch nicht aus. Außerdem fehlen uns ja auch noch Akkorde. Okay, nächster Versuch. Ein Lied im Viervierteltakt in C-Dur mit hauptsächlich C, D und F. Andere Noten dürfen auch vorkommen und gibt dazu sinnvolle Akkorde als Begleitung aus. Aha, immerhin haben wir ein Ergebnis. Ja, ob das jetzt kreativ ist, machen wir doch einfach mal einen Versuch. Naja, Begeisterung sieht anders aus, aber vielleicht braucht er ja noch mehr Informationen, um unsere Wünsche zu erfüllen. Nächster Versuch. Komponiere, wie gehabt ein Lied im Viervierteltakt C-Dur aus den bekannten Noten. Gib auch sinnvolle Akkorde aus, aber jetzt nutzen wir doch mal Heidruns gesammelte Informationen. Und ich sage ihm, er soll folgende Techniken benutzen, Oktavverschiegelung, Änderung der Reihenfolge, Wiederholungen, Spiegelungen, Umspielungen, Sprünge, Verzierungen, Pausen, Synkopen. Also daraus sollte sich doch was machen lassen. So, Chat, GPT, was hast du mir anzubieten? Ja, das ist jetzt nicht ganz das, was ich haben wollte. Eigentlich ist es überhaupt nicht das, was ich haben wollte. Sorry. Damit bin ich nicht einverstanden. Du hast keine anderen Noten als C, D und F benutzt und die Akkorde fehlen auch. Tja, was sagt er? Ich bin nicht einverstanden. Du hast keine Noten benutzt außer C, D und F. Es fehlen auch Akkorde und andere musikalische Elemente, die das Stück interessanter machen würde. Schön übersetzt, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ja, nach diesem doch eher ernüchternden Beispiel bleibt vielleicht die Erkenntnis oder auch der Trost. Vielleicht ist es so, noch können wir es besser. So eine tolle Überraschung. Ja, das sehe ich auch so, Charlie. Und ich denke mal, damit entlassen wir unseren Chat-GPT. Keine Reden, bringen wir nur noch ein Bier. Und Schluss damit.